Okay, dann geht es auch heute wieder weiter mit Trials of Manor und so Musik. Das kommt weg. Und wir raten mal auf unseren Spielstand hier. Genau, Elementar des Lichts ist das erste, wo wir hinwollen. Also genau, wir waren jetzt hier angekommen und müssen quasi wieder zurück. Ich denke, wir hatten uns auch noch mal Ausrüstung hier gekauft. Wir hätten uns noch mal voll heilen können, aber... 30 TP hier ist jetzt denke ich mal nicht das Problem. Ich habe noch mal ein paar Sachen, was ich mit dem Schadolot? Hey, Schadolot, wie geht's? Ich habe gesagt, dass du mit dem Schadolot und Schadolot erzählst. Du bist nicht nur ein Kind. Ich habe einen Begriff, dass ich da. Ich möchte mich für den Heasen suchen. Das ist egal, Scharlotter. Ich habe mich sehr interessiert. Ich bin sicher, dass wir uns hier finden. Komm schon mal zurück. Oh, wieso? Scharlotter ist ein Problem für Scharlotter. Was ist das, Dich? Kannst du auch nicht sagen, Dich? Buh, gut, Dich, 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 Dich! Das war nun gut. Ach, das ist schon... Wie kann man da eigentlich hin? Ah, links und rechts. Das heißt, es geht wahrscheinlich erstmal wieder nach oben, ne? Tschüss. Das war's für mich. Das ist eine große Herausforderung. mhm? Ist da oben? Oder hinten bei den komischen Steinen? Wenn ihr mit ihr seid, dann kann ich nicht zufrieden sein. Ich werde dich wieder anwenden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Okay. nein Das ist ja eh nochmal die Statue zum Feuer heilen, von daher. Und ja, Level Up scheint er dann auf jeden Fall voll zu heilen, das haben wir jetzt noch genau gesehen. Okay, haben wir eine kurze Statue trotzdem. Mit einem Punkt können wir jetzt eh noch nichts anfangen. Da können wir ja auch erstmal aufheben. Ach, da war doch jetzt nur diese Aussichtsplattform, oder? Da waren wir denke ich auch drin. Ja. 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 Und dann lesen wir die, bisschen wieder an. Ja. 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 dem los was solltest du denn nicht eigentlich auch mal deine moves hier einsetzen lassen also das was voll hat er vielleicht heißt 50 prozent wirklich 50 prozent von allen oder macht das erst einmal einstellen aber wenn er immer genau erst 200 prozent haben muss das natürlich quatsch könnte auch sein dass es später noch mehr als zwei solche balken gibt ein punkt haben oder so dass er auf jeden fall mal mit jetzt einer neuen stellung vorher noch nicht waren auf jeden fall mal mit zu leveln die gegner ist jetzt nicht immer so dass was mir am meisten gefällt wenn die dann immer mit leveln aber na gut da meine guten alten festen werde wieder früher mal so er hat auch mal was gemacht ein bisschen daneben ja 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 okay schon mal ein bisschen herausfordernder hier Oh, dann kommen wir auch da hin, ne, da kommen wir jetzt ja, hier hin, also gibt es da irgendwas interessantes. Flügelschleife. Können es wirklich mal Ausrüstung sein? Das kannst du bestimmt nicht ausrüsten. 3, 2, ganz schön, ganz schön was dazu hierfür am Anfang, gar nicht mal so schlecht. Ja, mal rein, ja. Ja, das muss ja nicht der Tag umschalten. Das sieht nach einer Bosskammer aus, oder? Eine riesige Krabbe. Ich wollte sogar sagen, das sieht nicht wie das Licht in der Mitte aus. Ich glaube, dass wir noch aus dem Weg kommen, aber nur gut. Da hat sich schon weggerollt. Dann ist er immer noch da drin. Ich bin ein bisschen schmerzt. Ich bin ein bisschen schmerzt. Jetzt gehen wir hier ohne Problem hin. Und weiter geht's. Ah, wie geht's das? Was ist das? Chiss ich nicht! Ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin der Wille Whisper. Ich habe das Fremdlethalhager in der Hütte, die Fullmetalhager. Ich habe das Fremdlethalhager gefunden. Ich hab jetzt von Feierlein gespielt. Ich habe die Fremdlethalhager ausgestattet. so fäärigさんも so isけど僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないからね マナを救うためにも協力させてもらう ちょうどこの場合古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるけどねー ちょっとここからじゃいけないっす Manaston ist noch nicht weg. Aber es ist ein sehr unabhängiger Mensch, so wird der Schindel wieder zurückgekommen. Wir sehen uns noch schnell die Freunde, und öffnen wir den Schindel! nicht aus. Kannst du Licht-Elemente haben Magie benutzen? Na genau. Okay Lichtsäbel, das denke ich wie damals noch so klassisch, dass man halt einfach eine Lichtverzauberung der Waffe gibt, genau. Heilung ist dann hier wieder Licht, also bei Secret of Mana war Heilung ja Wasser, aber gut. Und Lichtschaden ist dann an Angriffen, okay. Und was haben wir hier? Ach so, Obstbild, oder? Aber da muss man natürlich, denke ich, auch hier jemanden haben, der das dann kann. Ich denke, er sollte dann irgendwann da mal was lernen, oder so. Ach so, wir haben ja jetzt zwei Punkte jeweils. Hm. Ich weiß nicht, ob Standhaftigkeit auch bei positiven Sachen wird. Auch mal steigern und so weiter wäre ich auch nicht ganz schlecht. Wir haben jetzt nichts anderes, wo wir sofort... ein Attribut dazu kriegen. Ja, wir würden zum Beispiel Support Intelligenz bekommen, okay. Hm, ist natürlich auch die Frage, ob man dann irgendwann hier so weit durch ist. Ach so, na gut. Dann wird man da wahrscheinlich auch wieder in weitere Klassen noch so was aufsteigen, um da dann noch mehr zu bekommen. Ja, TP unter 30 Prozent fallen, das sollten wir lieber nicht so häufig machen. Ähm. Hm. Ja, komm. Das ist auch mal ein Automat. Ah ne, nicht so automatisch, okay. Flächenbrand wollen wir jetzt vielleicht nicht. Ja, noch macht das bei dir nicht so viel Sinn. Verteidigungsbereit. Gut, das wäre doch nicht schlecht, wenn er da auch ein bisschen was hätte und die 5 Ausdauer nochmal, aber... dann lass mal das hier. So. Das ist auch noch ein bisschen stärker geworden hier. Ja so, das wäre durch beiden Seiten dahin gekommen. Okay. Okay. Das war in Zipo dann wohl mit der Abkürzung. Ähm. Na gut, das ist eh dasselbe, oder? Hm. Ja. 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 Das war's für mich. hier wieder raus ist dann natürlich die frage wo dann dieses die rüstung okay gut dann müssen wir erst mal was er da hat ja 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 Ich habe das Geheimnis geöffnet, und er kann nicht nur die Geheimnis von Wendel zu kommen. Ich habe nur den Geheimnis geöffnet. Danke. Okay, los geht's! ... 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 Ich habe das Schmuck, aber ich wollte nicht sagen, dass ich das Schmuck auf der Welt gewachsen kann. Ich würde mich nicht auf den Schmuck auf dem Schmuck aufzunehmen. Ich würde mich über die Schmuck auf den Schmuck aufzunehmen. Ich würde mich über die Schmuck aufzunehmen und auf die Schmuck aufzunehmen. Zwei Stunden, für mich die ganze Zeit, bei der Zeit des Geist, die ich nicht so oft habe. Das ist ja nichts ... Was habt ihr gesagt? Noch ein bisschen, bitte ich mich zu machen! Danke, denn ich werde noch nicht mehr als Geist sein. Ich bin nicht der Menschheit. Ich werde dir die Kraft für mich, die ich für mich. Ich bin der Lass. Ich bin der Lass. Ich bin der Lass. Ich bin der Lass. Ich finde die Gefängnis-Szene. Ich bin sicher. 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 Hm. Das ist eine Gefängnis-Szene. Wieder klassisch. Hier ist es... Entschuldigung, wer sind Sie? Bitte, bitte ruhig! Entschuldigung, wo ist das hier? Wie ist das hier? Hier ist es ein Wettbewerb von Jad. Sie haben auch die Beist-Heyn gebeten. Sie werden hier im Kopf. Ich bin Angela. Ich muss hier schnell kommen. Ich habe mir eine Frage. Wenn ich rauskomme, dann können Sie auch helfen. Ich werde dir das, was ich. Hey, was du? Was du? Hey, mein Herr, da. Ich will dir das, aber... ...hier, was du? Huh? Hier, hier... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay, das war unsere Magierin dann hier. Ein bisschen weniger steigert, klar, aber dafür natürlich mehr Intelligenz und Geist. Kannst du hier irgendwas mit dem Mist machen? Ich habe das erforderliche Elementars, dann haben wir die noch nicht. Eine heilige Kugel, okay. Das machen wir was, Elementars. Ja, und der Punkt macht sicherlich auch sowieso Sinn. Ah, kriegt man dann beides dazu? Das war okay, also das sind solche Sachen, die sich hier wahrscheinlich dann einreihen. Also daher ist das aber kein Bonus. Interessant. Okay, da wird man wohl sicherlich erst später was dazu bekommen. Also Stärke brauchst du schon mal, vielleicht eher nicht so viel. Intelligenz und Geist auf jeden Fall. Verschreitung. Die Schaden sind prozentig. Die Schaden sind prozentig. Das ist mein... Sieges MP. Ja, machen wir das nochmal. Ich kann auch extrem viel Magie finden, das ja auch nicht. Also auf jeden Fall mehr. Okay, dann ist das schon das hier. Das heißt, wenn wir jetzt mit dir das hier machen... Das heißt, du kannst Kriegenstände oder Aktionen dorthin legen. Das heißt, dass wir jetzt mit dir das hier machen. Okay. schauen wir uns das doch ja mal an aber auf jeden fall durch da kann man gleich mal schauen ja das auch so macht denke ich mal sinn die gegner weiß ich jetzt nicht aber da hat er andere gegner die nahe gegner Oh, das ist gut. Das ist ein Schalter. Wo könnte das sein? Da drin zum Beispiel. Ich kann mal da was übersehen. Das ist extrem genau, wo wir jetzt nicht hingeschaut. Das sind ja auch mehrere Truhen drin und so weiter. Also das wird dann schon irgendwie was Besonderes sein. Das geht einfach auf. Und wenn solltest du wirklich nicht? Ich denke, ich muss den Besiegen zwei GMP wieder her. Achso, vielleicht muss sie explizit hier besiegen. Ich dachte jetzt, wenn der komplette Kampf vorbei ist. Okay. Das könnte Sinn machen. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Oh. Er sieht im Spiegel leider nichts. Wollen wir eigentlich hingestellt? Ach, nur so in die Mitte, aber wir wollen erst mal alles uns ja ansehen. Wir sind wieder eingesetzt. Aber ich denke mal, dass, weil du sowieso nur Angriff zauberst, kannst du das auf jeden Fall auch mal da hinsetzen. Okay, vielleicht hätte man das sowieso machen müssen für den Hauptausgang oder sowas. Ah, vielleicht bleibt das ja ja generell zu. Das weiß ich jetzt nicht. Ganz schön was los, ja. Ja, ich bin drüber. Ich werde nochmal ein paar Jungs hier. Ja, jetzt ist auf jeden Fall die 2 MP dazu gekommen. Aber besonders häufig setzen sie ihre K-Aingriffe nicht an. Schau mal her. Hm. Hm. Na gut. Hm. Ja, das fällt jetzt nicht auf, wenn wir einfach durch den Hauptausgang hier rausgehen. Schau mal so an. Scheine erst mal so egal zu sein. Die Fliegerstraße. Oh, jetzt ist es jetzt wieder zu verkaufen. Na gut, mal schauen, vielleicht ist das ja dann am nächsten Tag anders. Wobei, wenn wir eigentlich nur von hier flüchten wollen, wahrscheinlich nicht. Wie, wenn wir jetzt noch mal sagen. Ja, das ist schon fertig. Wir sind weg! Das war's für heute. Ich weiß, dass ich dich nicht so gesehen habe. Was ist das? Was ist das? Ich wäre mir bitte um, zu mir. Ich bin von Fäurier von Manna aus dem Manna. Ich bin von Manna aus dem Manna aus dem Manna aus dem Manna. Ich bin hier mit dem Manna und den Manna-Stohn und der Serien und dem Manna aus dem Manna aus dem Manna. Ich weiß! Ich habe gehört zu den Manna aus dem Manna aus dem Manna. Ich habe mich für die Karte gefunden. Aber ich habe es nicht mehr gesehen. Ich möchte mich für die Karte von Karte... Ich möchte mich für die Karte... Ich möchte mich für die Karte von Karte... Ich möchte mich für die Karte von Karte... Ich weiß nicht, was ich. Okay, nö, dann machen wir das auch nicht nochmal, aber sie wird, äh, da kommt jetzt trotzdem die Zusammenfassung hier, von daher passt das schon. Okay, nö, 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 nö. Ich weiß, dass ich nicht alles gut, aber ich weiß, dass ich nicht alles wusste, wenn ich mich nicht alles wusste. Ich weiß, dass ich nicht alles so gut, was ich. Ich bin in die Höhe und bin in die Höhe und bin in die Höhe. Ich weiß nicht, ob ich, dass ich mich nicht wissen, was ich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für Manna. Meine Mutter hat auch so gesagt. Meine Mutter hat auch die Wunschung genommen. Wenn ich die Wunschung und die Wunschung genommen habe, dann kann ich mich wiederholfen. Hey, bitte! Bitte, bitte. Wollen wir auch zusammen? Natürlich! Und wir haben mit uns das Geist zu sehen, dass sich die Wunschung der Wunschung verwendet, denn ich bin mein Wunschung und die Wunschung. Really? Ich bin so ein Wunschung! Sie sind erst nach dem, die Wunschung des Feuers, wenn Sie die Wunschung auch wiederholen, dann kommen Sie das Wunschung. Hm, also die Stadt kann ich jetzt nicht aus früheren Spielen. Hm, das ist englisch. Ich würde mich nicht wissen. Ich würde mich überraschern, aber ich würde mich überraschern. Er sucht nach Mahnersteinen. Hm. Ich schätze seine Majestät. Der Heldenkönig von Valzena weiß etwas darüber. Okay, jetzt wäre da nochmal eine neue Stadt. Nee, jetzt schon was. Achso, hier in der Stadt. Das war, denke ich, in meiner letzten Stadt auch schon so. Ist mal jetzt wahrscheinlich diese eine Person hier. Ich muss als Truppe zusammen, damit die wahrscheinlich jetzt nicht alle einzeln mit rumlaufen müssen. Wir kommen da zum Segeln. Schlafen. Ja, speichern wollen wir dann auch. Aber... Mal schauen, ob es hier was Interessantes zu kaufen gibt. Eine Handachse. Ach, das ist ein Gewurfsgeschoss. Okay, die haben wir gewonnen. Okay, dann gibt es ja sozusagen mal eine Grundausrüstung für jeden. Okay. 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 Ich werde mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Verteidigung... Magie abwärmen sie beide ganz gut. Verteidigung haben wir halt relativ viel, weil wir ja schon diesen Fünferbonus dort haben. Oh, nun gut. Wir kriegen ja auch am meisten auf die Mütze, wenn wir da vorne immer rumlaufen. Das ist aber gleich bei der Shops hier. Komm her, wir haben noch gute Fünferbonus. Wir machen es sehr wichtig. Komm her, wir haben noch weitere Fünferbonus. Komm her, wir haben noch gute Fünferbonus. Wir haben ja mittlerweile auch schon drei davon gefunden, das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir von denen her. Okay. Ah, okay, dann stehen die hier sozusagen auch noch mal frei herum. Okay. Wir machen quasi ein bisschen ihr eigenes Ding. Jetzt nimmt hier einer. Okay. Neue Erfindung. Ach, da hinten. Es gibt eine Hintertür. Ja. Ah, eine Kanon. Ich habe hier dann eine ganze Zeit für mich. Auf geht's, wir haben noch eine ganze Zeit. Ach, ach, ach. Ich bin jetzt mal. Tschüss. Ich hoffe, ich bitte. Was heißt fast? Warte. Okay, also er hat uns sozusagen mal den Weg erklärt, wo wir jetzt hin müssen, aber zukünftig gibt es dann halt auch diese Fast-Travel-Sache hier, okay, aber einmal erstmal hinlaufen lassen, dann macht natürlich Sinn. Okay, dann können wir auf jeden Fall hier nochmal saven, achso, und sie steht hier. Ja, können wir durchaus machen, weil wir auch die Magiepunkte und so nochmal auffüllen lassen. Was macht die denn? Oh, ich kann so stark wie das andere machen. Also erstmal ausruhen. Ja, okay, dann mal so. Da ist natürlich nochmal, hm. Gut, ja, wahrscheinlich als nächstes Mal dann diese Überschreitung, das denke ich wirklich ist das Wichtigste für sie. Wenn 5 mehr Ausdauer und ein bisschen mehr Abwärts zu haben, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Verursacht Erdmagie schon? Ah, okay, gut, dann wird man auf jeden Fall dort das Erdelementar brauchen. Und das wird wohl Windschaden sein, oder? Dass sie das jetzt schon lernen kann, gehe ich auch mal davon aus, dass er wahrscheinlich die relativ frühen Elementare sind, die man da finden wird. Ja. Ich bin ja auch richtig. Ich bin ja, nicht so stark. Den sollen wir ja theoretisch auch mit suchen. Na gut, aber bevor wir dort jetzt an der Stelle da draußen weitermachen und dort hinreisen, denke ich mal, ist das ein ganz guter Punkt, um jetzt noch mal kurz eine kleine Pause einzulegen und ja, dann sehen wir da natürlich mal anschließend, ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt zu Fuß sozusagen zunächst hinreisen müssen und naja, schauen wir uns mal an, wie es da weitergeht. Also da erstmal soweit, bis gleich.